So, dann bin ich nach langer Zeit mal wieder mit einem Shop-Video für euch, für alle die, die noch aktiv am Fortnite spielen sind. Und ihr seht oben rechts, wir haben jetzt 9125 V-Bucks. Ich spare mir meine V-Bucks jetzt einfach auf, bis... keine Ahnung wie viel. Mal gucken, wie viel ich einfach zusammenbekomme. Ich werde halt täglich noch Rette die Welt spielen, aber wir gehen erstmal in den Shop. Dann gehen wir zur Rette die Welt, dann machen wir noch schnell die Rette die Welt Mission, wo es wieder 40 V-Bucks gibt. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht schaffen wir auch noch die Tagesaufgabe, aber die ist heute ein bisschen blöd. Aber ich würde sagen, ihr seht schon an meinem Skin, welchen Skin es heute gibt. Dann kriegen wir ein neues Crew-Paket, aber dazu auch gleich mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt rein in den Shop. Was haben wir heute wieder drin? Den kennen wir doch. Toosie Slides ist wieder da. Danke erstmal an den, der ihn mir geschenkt hat. Oder ich habe ihn mir selber gekauft, aber ich glaube, er wurde mir geschenkt. Grüße gehen an der Stelle nochmal raus. Leider kann ich den Tonian nicht abspielen, wegen Copyright. Wir kennen es ja. Dann haben wir Cyclo mit drin. Ja, Luca, wir wissen, du hast den Skin, du feierst ihn. Er ist halt Geschmackssache. So, was haben wir noch drin? Die gute Haze haben wir drin mit den Flügeln. Dann haben wir die Sternenwucht drin. Dann haben wir Oblivion drin. Ah, der Skin gefällt mir immer noch. So, was haben wir des weiteren? Kriterion. Ah, der gefällt mir überhaupt nicht. Hässlich. Dann haben wir Terminus drin. Zack. Was haben wir noch? Tut's leid, haben wir schon. So, dann haben wir die gute Arktika drin. Die gefällt mir schon. Also die ist ein schöner Skin. Ja, doch. Attraktiv. Dann haben wir, klar, die freche Wurst. Erstmal nochmal Danke dafür. Habe ich mir den selber gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist schon irgendwie gefühlt 100 Jahre her. Ja, der Season 1, ja. Also, sag ich mal, 100 Jahre her. Was haben wir noch? Appraiser ist drin. Dann die Magma-Tarnung. Die habe ich immer noch nicht. Lol. Dann haben wir Jubelstimmung drin. Immer gut. Und dann haben wir Rage-Glid. Grüße gehen auch da raus. Ich sage ja, den Shop habt ihr mir schon fast komplett geschenkt. Dann, was haben wir noch? Die haben wir schon. Zack. Gehen wir weiter zum Street Fighter Paket. Insgesamt für 2200 V-Bucks. Also, wenn ihr euch was davon holen wollt, holt euch direkt das ganze Paket. Und ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ja, ihr wisst es. Wo ist er? Wen wollt ihr unterstützen? Eventuell mich. Yt-Famgeek. Auch wenn ihr andere Spiele spielt, was den Epic Games Score betrifft, gebt gern meinen Creator Code ein. In dem Sinne schon mal Danke an der Stelle. So, dann. Was haben wir alles? Wir haben den Wii. Ich muss sagen, Street Fighter, wirklich nie gespielt. Man weiß, um was es geht. Und hat mir, ja, gespielt schon, aber jetzt nicht gesuchtet oder so. Die kennt man natürlich auch. Spielautomat, ja. Ja, das ist eigentlich nice. Ja, das Emote ist schon geil. Also, ist schon geil. Wenn jetzt bald noch Tekken reinkommt, dann habe ich echt ein Problem. Aber ich würde sagen, hier widerstehe ich, wenn der Skin wirklich nice aussieht. Also, es ist schon geil. So nicht, aber im weißen Outfit auf jeden Fall. So, wie gesagt, hier ist nochmal alles detailliert. Ist jetzt genau das selbe, was ich gerade schon gezeigt habe, bis auf den Kleider. Aber naja. Ihr könnt euch denken, was ich davon halte. Nämlich Abstand. So, was haben wir noch drin? Das Flash-Paket ist auch noch komplett im Shop drin. Aber da habe ich ja gesagt, der Skin gefällt mir überhaupt nicht. Flash hat mir auch noch nie irgendwas gegeben. Ne. Ne. Das Rückenaccessoire ist nice. Die Pickaxe, ja. Das Emote. Das ist wieder, das ist geil. Also, da sind viele verschiedene Facetten. Nice. Das sieht auch nice aus. So, dann haben wir ein letzter Lacher-Paket. Aber ich sage, für 30 Euro in meinen Augen überteuert. Ist einfach so. Da wird nur mit dem Joker Werbung gemacht. Die anderen zwei Skins, naja. Aber wegen Joker dann 30 Euro. Nö. So, jetzt kommen wir zum neuen Skin, der bald kommt. Ich habe ihn noch nicht bekommen. Irgendwie steht hier auch, entweder bin ich blind oder nicht. Weil, für wie viel bekommt man den? Wann bekommt man den? Oder bin ich blind? Abonnenten Vorteile? Klar, ich habe den nächsten Battle Pass. Der ist bezahlt damit. Aber wann kommt der Skin? Aber ich nehme mal an, auch erst nächsten Monat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr irgendwas darüber wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, das war es schon wieder mit dem Shop. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt rüber. Wer ist denn da drin? Aha, der will einfach ins Video rein. Grüße gehen raus an LSMFY. Gleich einfach auf dem YouTube-Kanal nachgucken. Dann siehst du, wie du drin warst. Ich gehe jetzt rüber zu Rette die Welt. Da, 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 da. So. Dann gucken wir uns Rette die Welt an. Ich war gerade eben schon drüben, damit ich auch weiß, wo die V-Works Mission ist. Controller ist wieder nicht eingesteckt. Man kennt es. Tagesaufgabe, wie gesagt, ist anders nervig. Ich habe schon getauscht. Was hatte ich vorher? Macht 300 Kills mit Pistolen. Habe ich halt getauscht. Jetzt habe ich saved es anders. Ich kann halt nur hoffen, dass irgendeiner hingeht und mir eventuell ein Save aufmacht. Oder aber ich vielleicht selber einen finde. Dann machen wir erstmal einen Sprachschritt aus. Nicht, dass mir hier einer reinquetscht. Quatscht. Sprachfehler sind da. Gut, dass ihr sie jetzt nicht seht. Ich habe mein Bildgrad und ich auch vollbildmodus. Falls ihr jetzt keinen Sound habt. Achtung. Ah doch. So, nicht wundern. Ich muss kurz in die Einstellung rein. Ah, ich hasse es. Also wer ein W-H-F-Bildschirm hat. Ihr seht es ja in der Auflösung. Es ist nervig. Ihr wechselt immer wieder das Bild klein. So, wo sind wir? Zack, 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 zack. Ab, runter. Ja. Ich weiß, viele von euch sind noch nicht so weit. Ich habe auch letztens wieder auch Rette die Welt gespielt. Hatte da kleine Butchies drin. Wie man uns das sagen würde. Also kleine Kinder drin, die gerade mit der Rette die Welt anfangen. Oh Gott. Das war schon... Wie gesagt, hier ist die 40 V-Max-Mission. Mehr haben wir heute leider nicht. Gestern waren, glaube ich, das ist gestern oder vorgestern, die wir 150 drin hatten. Ich sage ja zur Zeit, im Stream ist echt ein bisschen schwierig, weil ich halt so viele Valheim am Spielen bin mit meiner Frau zusammen, aber halt auch die YouTube-Videos mache. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen die Videos geguckt hat von den Aufrufzahlen, das ist schon... Uiuiuiui. Wir stehen auch jetzt kurz davor, die halbe Million zu haben. Ah, ich wollte schon sagen, ich dachte schon, ich muss es alleine machen. Also wir haben jetzt bald eine halbe Million Aufrufe. Und das mal noch nicht mal mit 4000 Abonnenten. Ei, 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 ei. So, was müssen wir machen? Reite auf den Blitz. Erstmal Blue-Blue sammeln. Aber hier sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, hier muss ich dann doch meine 130er-Fallen hinstellen. Weil 124 ist dann nicht mehr ganz so leicht. Na komm, lad schneller. Man kennt es. Ach, nee, nee. Und wie war euer Tag so bei mir? Oh, schönes Wetter heute. Ja gut, was heißt schönes Wetter? Es war eigentlich die ganze Zeit bewirkt, aber es war nicht kalt. Das war schon mal wichtig. Na komm, mach hin. Hopp, hopp. Hallo? Stelle Verbindung her. Stelle Verbindung her. Weil wenn ich überlege, auf der Playstation soll es ja noch länger dauern. Katastrophe. So. Wieso habe ich denn die Maus wieder im Bild? Geht gar nicht. Aber das Gute ist, hier kann ich mir halt noch ein bisschen... Wenn ich es gleich sehe... Mir fällt es gerade nicht ein. Das ist klar. Oh, wir heißen die Fläschchen. Achtung. Ich finde keins. Und ich traue. Schleuderhafen und Hans denken sich jetzt... Stimmt, das kann ja nicht sein, dass dem nicht einfällt, wie das Fläschchen heißt. Mann. Ich finde aber doch gar keins. Ja, da oben die Kiste habe ich gesehen. Achtung. Was gibt es eigentlich? Ich gucke jetzt im Inventar. Wie heißt es? Was suche ich? Wovon ich nämlich zu wenig habe. Ah, hier sind sie. Oxidiertes Mineralpulver. Das war's. Er will wieder nicht bauen. Ich brauche aber einen Save. Also sollte ich einen Save finden, habe ich direkt wieder schöne... Oh, wieder eine normale Kiste. Weil ein Save wird mir halt jetzt direkt 50 rüber zu bringen. Aber ich glaube, hier ist keiner. Da, 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 da. Ich muss sagen, es spielen immer noch viele Rette die Welt, ne? Ich sehe es ja wirklich an den Aufrufzahlen, wo ich angefangen habe mit YouTube. Wie viele Aufrufe da immer noch zusammenkommen. Das ist echt schon krank. Ja, toll. Hauptsache ich finde drei Kisten. Aber ab 100 plus kannst du eigentlich gefühlt alles aufbauen. Weil er halt alle so viele wichtige Dinge hat. Aber die noch auf. Da hatte ich die eben schon. Ne. Wie viel Pride vor ich jetzt schon gerade gefunden habe. So, wo turnen die rum? Ich gebe halt hier hoffnungslich auf mit dem Save. Sind halt nochmal 50 Feebats, ne? Die hole ich auch mal mit. Ich bin so angewöhnt, die gar nicht mehr mitzunehmen. Obwohl die mir halt einfach viel mehr Schaden geben. Ich gucke mal, ob hier unten in der Mine was drin ist. Nochmal eine Falle. Fallen kann man immer gebrauchen. Muss man wenigstens keine herstellen. Ah, warte. Ich stelle den Ton schon weiter runter. Wir wissen ja, rette die Welt. Ton immer extrem. Ach, Pulsar. Besser. Hallo. Dieser Eierpanz. Wenn die anderen wegen es nicht in Save. Ich finde hier alles, gell? Aber irgendwie ist hier unten glaube ich kein... Ne, eine Kiste, oder? Wie vielte Kiste? Vierte Kiste? Ah, noch ein bisschen Pride vor. Ding, ding. Nehmen wir mit. Ah, was bedeutet das? 50 V-Bucks. Wie, wie. Zeigst du noch mal? Quatsch, sieht man es? Äh, da. Tägliche Aufgabe. Save ist anders. 50 V-Bucks. Meckt. So, jetzt können wir eigentlich direkt schon den Bus finden. Und dann würde ich sagen, abwarten. Können wir eigentlich Schluss legen. Ich weiß halt nicht, ob die anderen auch groß am Farm sind. I don't know. So, und alle, die jetzt noch drin sind, schreiben bitte, bei dem Kommentar, was sie geschrieben haben, einfach rette die Welt rein. Einfach rette die Welt jetzt rein schreiben. Als Kommentar. Würde mich einfach mal interessieren, wer wirklich jetzt noch dabei ist. Ich denke mal, Luca wird es sein. Äh, Zampal glaube ich inzwischen nicht mehr so. Und Schleuderhafe. Schluck, Schleuderhafe hat sich das Ganze gewinnt. Aber wie gesagt, schreibt einfach, rette die Welt in die Kommentare. Jetzt. So, jetzt ist die Frage, haben die hier Bock, richtig zu spielen oder nicht? Ähm, von woher kommen die? Ach, von hier vorne. Erstmal, hier bis sie noch ein tollen. Da, da, da. Na gut, wir haben eh zwei Phasen. Woher hat er? Hat er einen Grund, warum der so gebaut hat? Eigentlich müssten alle von vorne kommen. Ah, er fängt die von da ab, okay. Das ist halt die Frage, können wir die hier runter locken? Okay. Ich mache das Entscheidende richtig. Ja gut, aber die Gasfalle ist doch schon zu hoch, oder nicht? Okay. Einbrette die Welt, okay. Man sieht schon. Ähm, das andere dann. Das ist halt nur die Frage, wo die anderen herkommen. Ich weiß nicht, hat der schon Clou Clou? Wo ist der das? Äh, Name, 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 Name. Ja, ist er. Wir können eigentlich starten. Please start. Müsste eigentlich reichen. Ach Gott, er hat mal alles schon nach Magentis. Er hat schon alles abgefangen. So, mehr müssen wir eigentlich schon mehr großartig machen, würde ich sagen, oder? Komm, stellen wir hier noch eine Bodenfalle hin. Damit hier nicht so viele durchmarschieren. Also, falls hier doch noch was durchkommt. Und... Ich bin eigentlich geizig. Ähm... So, von mir ist finalig, Anfrage. ich suche selber noch hier blut und die andere richtung geht doch das sind fähige rette die weltspieler gucken was hier durchkommt was kommt hier großartig durch doch ein bisschen was als sache für so zwischendurch so ein zwei runden macht die welt immer spaß den noch hinsetzen aber eigentlich glaube ich nicht ich glaube nicht dass hier großartig was durchkommen wenn die unten her hier brauche ich jetzt keinen fall nehmen machen das kann man selber abklären sagt der schützt auch direkt als nach der 130 gestalten sollten eigentlich ausreichend in den dingen die linken hoffe der hamster stolz auch nicht dieser kleinen pack kleiner fallen hochkrieg der selbst er und in cent und die falle doch gut ich sage ein bisschen schaden kann man selber noch machen wenn wir noch unsere zwei tonen dann haben wir den bär noch von daher die sie so hat er noch genug kugel ich glaube wir brauchen mehr als zwei kugel ich hole mal gerade da hinten das noch an den verstärker noch und ihr wisst ja wenn euch das ganze gefällt gerne leichter lassen wenn ihr wieder ein bisschen mehr protein content sehen wollt aber mir tut es halt schon ein bisschen leid wie zum beispiel finde ich schlug gar nicht wenn du noch da bist dass du halt keine wie man es mehr sammeln kannst aber ich meine das spiel war so lange ich hätte es eigentlich nur auf den laptop einmal kaufen müssen und für 20 euro war fertig so nächste oder schon auch die nächste wille kommt auch die nächste wille kommt von da warte mal wie kommen sie kommen auch wieder von da die kommen so halb so schräg halt aber bis jetzt noch keiner hier von daher passt es eigentlich ich weiß nicht ob die dem jetzt da oben über die fallen kommen bis jetzt kommt hier noch gar nichts durch ich sage immer brauche nicht zu viele fallen reinhauen wenn alle zusammen spielen bräuchte man rein theoretisch gar kein aber sie ist ja der macht eigentlich macht mit seinem bogen ich dachte so macht die welt wieder spaß wenn du eine vernünftige gruppe jeder weiß ja da sollte man ich wollte gerade die fallen hinstellen War einer wieder schneller als ich. So, was haben wir hier noch rumlaufen? Ganz entspannt. Ah doch, jetzt wird es ein bisschen hektischer hier unten. Zwei Minuten, das sollten wir eigentlich so zurückdrängen können. Ah, er läuft im Kreis, er weiß überhaupt nicht, was passiert. Trotz gut, macht einfach gar nichts. Steht nur ein bisschen rum. Easy. Ich sag ja, so hol ich halt meine ganzen V-Bugs. Also V-Bugs aufladen, suche ich mir halt wirklich überhaupt nicht. Ich hatte halt meine 10k, dann habe ich die eine Verlosung noch gemacht. So, sie gehen raus auf Monkey. Und das war es eigentlich. Und dann halt mir... den einen Skin Gold, wo auch mein ganzes Overlay im Stream saß. Und so, okay, zack. So, eine Minute noch. Alles klar, er ist ganz entspannt. Ich glaube, hier passiert gar nichts. Ich gucke mal, ob ich schon ein paar Mets irgendwo herkriege. Weil wenn ich schon hier bin, weil über 100 spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Ich spiele eigentlich immer nur noch die V-Bugs-Missionen und das war es eigentlich schon. Aber den Rest sollten wir eigentlich nur noch ein bisschen Mineralien. Ich gucke halt noch ein bisschen Mineralien. Nicht so ein bisschen, aha. Da war ja einer unten. Ich glaube, ja, weil ich sehe hier gar nichts. Das ist halt das, was die wenigsten aufmachen. Immer die Kisten durchgucken. Da sind halt so viele gute Sachen drin. Da sind halt so viele gute Sachen drin. Da sind halt alle unsere Gedönens. So, dann gehen wir jetzt mal raus wieder. Und sammeln... Hallo. Und sammeln erstmal gemütlich unsere V-Bugs wieder ein. Und ich glaube, so weit, so lange brauch ich gar nicht mehr. Bis zu den 10K wieder. Und zack, einfach mal ein 25 Minuten Video. Einmal rette die Welt. Und bei Abend. Zack, zack. Weil unter den Soviel wird noch untergeschrieben. Wieso habe ich keine V-Bugs? Das ist halt einfach, wenn ihr euch in Anführungszeichen zu spät Fortnite rette die Welt geholt habt. So, zack. Ich liebe einfach diesen Hintergrund. Ich finde das mit einer der besten Hintergründe. So. 170 links. Zack, da sind die ersten 50 V-Bugs. Zack, da sind die nächsten 40. Und damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Und wir kommen dem Ziel näher mit 10K. Und in dem Sinne sage ich, entweder sehen wir uns gleich irgendwann im Livestream. Wenn ich noch ein, zwei Videos bei Valheim wollte ich nämlich definitiv noch machen. Aber halt definitiv auf YouTube, weil man findet halt andere Zuschauer als Fortnite-Zuschauer. Aber Fortnite wird auch wieder mal zwischendurch kommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke an alle, die bis jetzt hierhin da geblieben sind. Und euch erstmal einen schönen Abend. Macht nicht zu lange. Und in dem Sinne, haut rein.